Gönn dir mal das E-Mode von, gönn dir mal das E-Mode Hund von Papa Platte. Der Typ weiß genau wie das ist. Den krossen Krapfen also großflächig mit Sauerrahmen bestreichen, dann Schnittlauch zerkleinern und darauf verteilen. Hinzu kommen noch... Oh mein Gott. Nein, der verfickte E-Mode wurde entdeckt. Flaumenkratzer, danke für den First-Time primatischen Supersub deinerseits. Stark, stark, go on, go on. Was ist, wer ist Hund von Phoebe? Ich glaube legit, ich glaube legit, wir kommen noch zu einer Folge... Ah, das ist eigentlich der Hund von Phoebe, Bro. ...in den Knast geht. Ich kann es mir nicht erklären. Kevins Niere. Oder Kevin, was machst du hier? Bist du auch out of content? Kevins Niere. Bist du auch out of content, oder was? Nein, Bro, actually nicht. Vielleicht halt es langsam auch nicht mehr aus, die scheiß Frank-Rosen-Ribbereng-Psycho. Ich hab actually nichts vorbereitet und hab trotzdem mehr content als Fugo und Phil zusammen, Digga. Es ist einfach nur dreist. Ja. 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 Ja.